Ich kann sie nicht bebreiten, wohin soll ich fliehen vor deinem Kreis und 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 wohin soll ich fliehen vor deinem Kreis dass ich wunderbar gemacht bin Wunderbar sind deine Gründe das erkennt mich meine Seele von allen Seiten um bist du nicht Herr und es sei der Herr drüber mir ihr sei dem Vater und dem Tod und dem Heiligen Kreis wir sei der Herr drüber mir und von Ewigkeit und Ewigkeit von allen Seiten um bist du nicht Herr und es sei der Herr drüber mir Gott 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 Amen.